Sag mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben, bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Wandel gehört zum Leben dazu. Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Ob klassische Druckmedien wie Tageszeitungen im Zeitalter von Social Media und Co. eine Zukunft haben und wie sich die Arbeitswelt in einer Lokalredaktion ändert, darüber rede ich heute mit Corinne Otto. Sie ist Kreisredaktionsleiterin des Schwarzwälder Boten in Rottweil und ich, ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Psychologin. Früher gab es gefühlt keinen Haushalt ohne Tageszeitung. Wer keine hatte, zählte zu den Desinteressierten oder aber zu den Ungebildeten. Heute sieht das deutlich anders aus. Viele Printmedien haben ihren Betrieb eingestellt oder aber zumindest im Schwerpunkt auf Online verlagert. Ich habe mich gefragt, wie sich dieser Wandel für jemanden anfühlt, der mit der klassischen Printwelt groß geworden ist und dort auch arbeitet. Mein heutiger Torgast ist Corinne Otto, den Leserinnen und Lesern des Schwarzwälder Boten bestens bekannt als Kreisredaktionsleiterin in Rottweil. Hallo Corinne, wie schön, dass du zu Gast bei mir in der Sendung bist. Hallo Tanja, vielen Dank für die Einladung. Von Herzen gerne. Liebe Corinne, für unsere Hörerinnen und Hörer, wer noch ist Corinne Otto in 20 Sekunden? Also ich bin Mutter, war ja Kinder, das wissen auch manche Leser aus meinen Kolumnen. Ich bin reiselustig, wanderlustig, generell vielleicht ein bisschen bewegungssüchtig als Ausgleich zu meinem Beruf. Sag mal, wenn ich deine Eltern fragen würde, was würden die mir sagen, was die kleine Corinne damals beruflich werden wollte? Vielleicht würden sie sagen, dass ich mal Tierärztin werden wollte. Da habe ich auch ein Praktikum gemacht tatsächlich und dann hat sich herausgestellt, dass die Sache doch gar nicht so romantisch ist, wie ich mir das vorgestellt habe. War eine Erfahrung, aber hatte sich dann erledigt. Und wie bist du dann zur Zeitung gekommen? Wie der Wunsch aufkam, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich habe schon immer gern geschrieben, viel gelesen und habe dann tatsächlich mal bei einer Versammlung in meinem Heimatdorf einen Mitarbeiter des Schwarzwälder Booten angesprochen, wie man denn das wird, was er da macht. Da war ich so 15, 16 und der hat mich dann gleich unter seine Fittiche genommen und zack, war ich im Business. Gleich geht es weiter, dann schauen wir mal auf, wie alles begann. Auf die ersten journalistischen Erfahrungen von Corinne Otto. Journalismus. Für viele junge Menschen ist der Journalismus nach wie vor ein Traumberuf. Mein heutiger Talkgast ist Corinne Otto, Kreisredaktionsleiterin des Schwarzwälder Booten in Rottweil. Corinne, wie war das denn damals bei dir? War Journalist ein Traumberuf und wie war es denn, als du in die Realität kamst? Es war ein Traumberuf und es war in der Realität dann noch vielfältiger, als ich dachte. Auch sehr herausfordernd. Man muss über seine eigenen Grenzen gehen, aber es war einfach toll, von Minute eins an. Kannst du dich noch erinnern, Diktiergeräte, Musikkassetten, Schreibmaschinen? Wie sah damals dein Arbeitsalltag als junge Journalistin aus? Man kann es wirklich nicht mehr vergleichen. Also kein Internet, kein Computer, Karteikästen mit Telefonnummern, eine Dunkelkammer, ein Negativfilm, den man dann selbst entwickeln musste nach dem Termin und dann um 17 Uhr ein Kurierfahrer, der das Ganze in die Druckerei nach Oberndorf brachte und dann war Schichtschacht. Die Leserschaft hat sich ja auch deutlich verändert. Früher versus heute, welche Veränderungen bezüglich der Leserschaft und dem Leseverhalten nimmst du denn wahr? Die Leser leben wie wir alle einfach in einer viel schnelllebigeren Zeit und da hat sich auch das Leseverhalten natürlich angepasst. Es wird schneller konsumiert, kompakter und da stellen wir uns natürlich auch drauf ein. Und dir persönlich, gefällt dir das oder weniger? Ich finde beides gut. Man muss bei manchen Themen einfach in die Tiefe gehen und es geht dann nicht in so einem kurzen Artikel, aber mir gefallen auch die schnellen Nachrichten, die schnellen Geschichten und die tollen Reaktionen, die man dann auch sofort drauf erhält. Im Zeitalter von Social Media erscheinen alle Hemmungen zu fallen. Gerade Journalisten sind Hetzereien und Lästereien ausgesetzt. Übergriffe und Beleidigungen machen selbst vor Lokalredaktionen keinen Halt. Corinne Otter, du bist Kreisredaktionsleiterin beim Schwarzwälder Boden in Rottweil. Ich denke da gerade an das Stichwort Lügenpresse, das während Corona aufkam. Das hat mich in der Tat gerade in der Corona-Zeit sehr, sehr beschäftigt. Das ist einem auch persönlich nahe gegangen, weil man seine Arbeit gut macht. Wir sind dem Pressekodex verpflichtet, wir sind unseren Lesern verpflichtet. Und dass dann plötzlich Menschen vertraut wird, die einfach irgendein Facebook-Posting raushauen. Und dass dann die Wahrheit ist, war schwer zu handeln. Hast du selbst Hetzereien gegen dich erlebt? Hetzereien und Kampagnen gegen mich persönlich nicht. Es gab einige Facebook-Kommentare über Artikel, die angeblich unwahr sind und so weiter. Wenn man dann das direkte Gespräch mit dem Schreiber gesucht hat oder den angeschrieben hat, dann war eigentlich ganz schnell die Sache erledigt. Und Stille im Land, oder? Ja, war tatsächlich so. Die Arbeitswelt für Redakteure befindet sich im Wandel. Die digitale Welt löst Printmedien wie den Schwarzwälder Boten nach und nach auch ab. Zeitungen verlagen ihr Kerngeschäft aufs Internet. Wie sieht es bei euch aus? Ja, online ist natürlich bei uns auch ein sehr, sehr großes Thema. Wir sind da auch sehr breit aufgestellt. Wir haben unsere Homepage mit den neuesten Nachrichten. Wir haben unser E-Paper. Wir haben eine riesige Reichweite online. Gleichzeitig ist das Printprodukt uns natürlich weiterhin sehr wichtig. Wir haben da unterschiedliche Leserschaften, die dann auch unterschiedlich bedient werden müssen, sagen wir mal. Aber diesen Spagat kriegen wir gut hin und macht auch Spaß, online die Sache voranzutreiben. Wenn du nur einen Wunsch von mir bezüglich des Lokaljournalismus frei hättest, was würdest du dir von mir wünschen? Dann würde ich mir von dir, liebe Tanja, eine Handvoll junger, engagierter Leute wünschen, die Bock auf den Job haben, die mit Feuereifer dabei sind und sofort bei uns einsteigen. Weil auch bei uns der Nachwuchsmangel deutlich zu spüren ist. Warte mal, ich schicke meinen Wunsch ins Universum. Mein heutiger Talkgast ist Corinne Otto. Sie ist Kreisredaktionsleiterin beim Schwarzwälder Boten in Rottweil. Corinne, Hand aufs Herz. Würdest du jungen Menschen, die sich für Journalismus interessieren, dazu raten, deinen Beruf zu ergreifen? Eindeutiges Ja. Wenn sie Vielfalt wollen, wenn sie Abwechslung wollen, ich kann euch sagen, es ist nach 30 Jahren noch nie langweilig gewesen. Ich habe dir jetzt noch ein Zitat mitgebracht und bin auf deine Gedanken dazu gespannt. Bist du bereit? Ja. Die Presse muss die Freiheit haben, alles zu sagen, damit gewisse Leute nicht die Freiheit haben, alles zu tun. Das Zitat kenne ich nicht. Es ist sehr gut und kann es unterstreichen. Die Pressefreiheit in Deutschland ist wirklich ein sehr, sehr hohes Gut, das manche noch nicht so richtig zu schätzen wissen. Das Zitat ist von Alain Perfit und er war ein französischer Politiker. Zum Schluss noch ein Blick hinter deine ganz persönlichen Kulissen. Mit wem würdest du gerne mal ein Interview führen und welche ganz besondere Frage würdest du dieser Person stellen? Spontan fällt mir tatsächlich nur etwas sehr Persönliches ein. Ich würde da meine Mama interviewen, die eine ganz tolle war und die leider sehr früh gestorben ist. Und da hätte ich noch viele, viele Fragen übrig. Manchmal kommt das Leben anders, als man denkt. Genau. Und ich glaube, sie hört dir jetzt zu und wird sagen, Mädel, alles gut gemacht. Liebe Corinne, danke für das schöne Gespräch. Wir sind schon am Ende angekommen. Danke, liebe Tanja. Hat Spaß gemacht. War ganz ungewohnt für mich, mal auf der anderen Seite zu stehen. Unter schwarzwälder-boote.de findet ihr viele tolle Artikel und Berichterstattungen der Kolleginnen und Kollegen von Corinne Otto und freilich auch von ihr selbst. Habt einen schönen Abend. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1, Neckarburg-Rock- und Pop-Psychologin. Das war Satmaltanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1, Neckarburg-Rock- und Pop. Copyright Untertitel des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020